Herzlich Willkommen zum Türchen Nummer 11 und ich suche es gerade selbst 1630, ach hier drüben die Nummer 11 Keine Ahnung was hier drin ist Danke liebes Handy Keine Ahnung was hier drin ist Ah doch Hier man sieht schon Spider-Lights Wenn die Kamera scharf stellt, so besser Ach so Und zwar Das müssten die Spider-Lights aus dem Geisterstunden-Sortiment sein Also von Glomed wieder mal Hier sind sie noch gelabelt von FKW Ne Kaffee Killerfeuerwerk Gut Dann sehen wir es gleich bei der Zinnung wieder So jetzt die Killer Spider-Lights Also Türchen Nummer 11 für euch Nhưng das hier sehr gut dann sehen wir uns morgen beim türchen nummer 12 wieder bis dahin viel spaß